Aber ich habe zwei von diesen süßen Packs. Und ja. Wir werden die jetzt auch machen. Äh. Aber blau. Ist wahrscheinlich ein Charm. Oh. Uh. Popcham, Junge. Geil. Rinalis. Oh mein Gott. Richtig reingelackt. Leingelackt, Junge. Ich will halt was für Bandit bekommen unbedingt. Den Waffenskin. Komm, komm, komm. Ich habe nur das Headgear. Mach mal weiter. Ja, gleich, warte. Mach eben drei Packs auf. Uh. Das ist doch geil. Junge. Genau das, was ich nicht wollte. Die Skins sind alle so? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich habe es. Leut, du Lacka. Ich habe es einfach. Oha, das ist geil. Kann ich mir die Dinger kaufen? Nein. Hast du nur die Zukunft bekommen. Ja. Das, was ich wollte, habe ich. Let's go. E-Sport, Gridlock, Junge. Beste Leben. Dann kommt Weiß da raus. So, wir go. Ich mache den Laden auf. Fünf Packs. Die sehen aber sick aus, ey. Muss ich sagen. Mhm. Sind da auch Goldene drin? Ich weiß gar nicht. Ja. Warte mal. Wie komme ich jetzt hier rein? Du musst streamen, mal anschauen, klicken. Das geht. Ein blaues Pack. Ich denke mal, das ist ein Charm. Dinger, das sieht so unnütig aus. Rüsten, rüsten das aus. Rüsten das aus. Nein, wie ausrüsten? Achso, ich dachte, es gibt schon so einen Button zum Ausrüsten. Ich habe halt nur fünf Packs, ne? Bende Headgear. Oh, fink mal. Bende Headgear. Oh, das ist cool. Also, das ist echt sick. Der sieht cool aus. Ja, der sieht gut aus. Aber wir wollen Waffen-Skills, Jungs. Wir wollen Waffen-Skills. Weiß. Charm. Puls Charm. Oh, noch mal. Mit, noch? Hast du den nicht schon mal gezogen? Ja, auf anderen Accounts, glaube ich. Komm, komm. Er smurfed einfach auf Twitch. Ja, geil, was ist das? Please waiting. Äh, okay. Du hast ja mal einen Pack nicht zu bekommen. Oh, du hast recht. Das ist ganz cool. Der sieht aber heftig aus. Also, das ist der Einzige, der cool aussieht, muss ich sagen. Ja. Jetzt kommt... Das Zebra. Oh, Lila ist. Waffen-Skin, Waffen-Skin. Ah! Geil. Craig-Esm. Den will ich auch haben. Ja, das ist das Einzige, was ich haben wollte eigentlich. Jetzt hast du es auf zwei Accounts, Junge. Ultra-Flex. Nice. Er smurfed auf Twitch. Und dafür habe ich meinen PC drei Tage angelassen. Hast du nicht noch eine Playstation oder Xbox? Doch. Ich glaube, ich habe halt... Auf Chrome für den einen Account und auf Firefox für den anderen. Yo, Mann. Du bist so... Du bist so... Alter, das ist so eklig. Ich denke mal... Der Puls wird unten spielen. Der Release. Was ist denn eine Rotation, mein Freund? Das ist so... Oh. Uff, ach, das war knapp. Hat mich das nicht gekillt, das war eigentlich bis heute. Der liegt da, hast du ne Nade, Ron? Ja, ja. Nade den. Dein da, Digga. Ah, egal. Wir müssen gleich pushen. Ich kann halt nicht weg, weil ich glaube Connector und so ist was. Pillar steht auch. Ich scheiß auf Connector. Connector? Ja, ja. Pillar, Pillar, Pillar. Pillar? Pillar dead? Also nicht Pillar, aber... Nein, ist ok. Der defuse ist oben. Egal, egal, es ist lauend durch das. Wtf. Wtf. Mein... Digga, wie Tiff? Ist der scheiß Mew Jammer? Morduk, einer ist doch safe oben am Roam, oder nicht? Ne? Also klar, dass er nicht piekt. Schredde. Oh mein Gott, was? Server. Frag out. Wettt. Schüß. Die rechte Schwierigkeiten. Oh Gott. ready. Don't kill my soul shredders. Ich habe das nur neben der oxid, aber auch nicht. Castle ist down Ich hab Thatcher Aber er hat das Ding bekommen Ist der alleine Marcel? Ja der war alleine Marcel, Marcel komm jetzt, wenn er hier aufboxt, ich send ihn oben Ne warte mal, hinter ihm ist safe einer Nein, 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 es klappt nicht mal Was klappt nicht mal? Nein, nein, nein Oh der hält schon Hey, plant denn einer? Ne, Sophia ist ganz oben Hey, Monty ist auch oben Ey ich hab Pipana? Nein Das ist eine Sophia Main Warte, warte, warte Monty hat Schild aus Wo ist der Monty denn? Ja, Main Push'em, push'em, push'em Willst du mich verarschen? Alter Dieser fucking Operator, ich schwör's euch Was ist der vorne, ist der Hauptmann? Weiß nicht, wo er hin, glaube ich Ich kann's pushen, lieber Bombe, Bombe Bombe Verpisst dich Verpisst dich Komm, man sieht's Oder? Komm, komm, komm Nein Ah, schade Die gehen in Aqua rein Ja What the fuck Warte Haben wir denn eine Twitch-Mail-Abergie? Reloading, cover me! WHAA? WHAA? Was denn? WHA? Liga, 1 AP 1 AP Ich sag's euch, dieses Game will ich mich ficken Ja Ich hab ihn, ich hab ihn injured, injured, injured Bin auf der Stair, ich fäng die grad Bin was drinnen? That's what he said Einer dead Ja, krack, Connector war noch einer Oh, Milusi ist oben vor Library Hier Mhm Wie gern hätte ich jetzt noch meine Nade? Da ist noch ein Gang, oh Gott Aber noch nur Smoke, ne? WTF Hast du, kannst du irgendwie wegmachen? Nein, ne? Nein Ich verpiss mich von dir Wir können hier lang, wir können hier lang Nein, Digga, das ist ein Gadget, das bringt uns gar nichts Es geht dark Gar nichts gemacht Der kaputt Scheiße Wahrscheinlich der Bandit Du musst mir helfen, Digga Hast du ne Drohne? Mein Gang Stand Digga Ich grenz hier in ne Ecke Versuch, ja Ich werd gepinkt Hier verkackt Dann Kommt Blue, ist low glaub ich 50 Hinter dir glaub ich die mal Weiß nicht Was, Marcel Okay Vorsicht, dass du hinter dem Schrank verstehst, Flor Die hatten halt Valkyrie, ne? Was? Hilfe, 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 Hilfe gic clue Her Boher poner ifferent mit se ici Son Bis zum nächsten Mal.